Nice Was? Echt? Oder heißt der nur so? Oder ist das wirklich ein Bot? Und das da? Ist auch natürlich einer und siehst du noch, dass der Camping hat? Stimmt Und dieses komische Icon da, ne? Dieses Standard Ja, das kannst du ja auch machen Ja Was haben wir denn? Was haben wir denn? Das ist Y Kaufen Ja, ich weiß, mal Spaß Ja, ne Zum Stück Du läufst auf uns 70 Runden Let's go, let's go Let's go Let's go Let's go What? Let's go Let's go Ja Achso, der ist ja schon tot Mofo Alley ein moso ich muss stat-track usp mit dem aufkleben backman eher so warm-up stark aber ich will mir das eigentlich abgewöhnen nach der schon zu trash talken da kriegen wir meistens nicht auf die Eier ich glaube diese LPG Jungs sind richtig schlecht das ist Spaß nicht richtig schlecht ok sie sind doch nicht schlecht im Sprungbundschot mit oben an die Bombenwaffe ne mal schön danke für die AK beim Meld sind schon auf B ja wir kommen jetzt rüber es sind man was ich habe die Bombe zu bieten ja da kommt was der backman schade ja danke dass du die beiden low gemacht hast wovor wir sind der Assistent nach der Runde wird sie entscheiden ob wir trash talken können oder nicht wir werden ja also das ist Our enemies tremble. I am throwing smoke. I am throwing a grenade. Throwing fire. I am throwing a blood bag. Throwing a blood bag. Smoke. I am throwing a blood bag. Blood bag. No matter what. This is not a blood bag. No, no. I am throwing a blood bag. Walking a blood bag. I am throwing a blood bag. Blood bag. I am throwing a blood bag. Wir müssen beide CTWs kommen, dann auch. Danke. Wie lange hast du das für dich gekriegt? So geil, dass wir da wirklich erstens für gekriegt sind. Das ist der Hammer, ey. Wofür? Fühlt die Dings? Ja, wenn du dein Team frei hast. Ich hab' dir was getötetet. Na, super. Wir können auch gute Alve ausspielen, da liegt niemand. Ach, Mann. Äh. Der kommt jetzt von hinten. Tunnel, äh, nicht Tunnel, Banane. Leif den, leif den, leif den. Okay. LOL. Er macht blinden Trick. Okay, blind. Er gönnt sich richtig, Alter. Ja, wir haben ihn. Wie kann man sich da hinten setzen? Das ist echt, man sieht, was kommt Das macht auch nur Spaß Alter, er macht einfach blind 3 Digi-Chats Rech Wann Wir sollten nicht mehr A spielen, weil wir sind ja richtig schlecht Aber jetzt erwarten die das ja nicht, deswegen können wir hier auch A spielen Obwohl, naja Die neue FB echt schlecht Da jetzt nur rumgepümmelt haben Ich kann hier, ähm, Mitte um einmal rein, äh, rausflaschen, war der? Mach mal bitte Jetzt War der Pit? Na, einer im Arsch, er kriegt, äh, runter Alter, der in Pit ist richtig brettstark Ach, komm! Sofort gerufen Wen kicken? Soll ich ja machen? Ja Ja Das tut er Let's go Warum wollt ihr ihn kicken? Weil er schlecht ist, oder was? Nein, der ist ja nicht mehr Achso Ja, das kann nicht sein Äh, das kann nicht sein Mit der Umwege zwar, ne? Einer Ja, tut A, WP noch auf B A, WP noch auf B Oh, genau dann, wenn ich hier, äh, Alter Okay, das ist der Elite Einer Was ist denn? WP? Das ist zu viel Einer Mit der Trimbs lässt der Match laufen waschen mit genau er hat jetzt die runde geholt das erfahrt anspiel und dann beginnt das kopf wieder am besten wenn wir hier so machen das Hausmeister gehst und nicht der Rennflasher oder sowas und weil ich die Flascher Wolken durch durch die smoke einer links einer rechts unter laube steht er ich bin so drauf mit so vielen schüssen es geht halt einfach nicht rein ich bin so drauf ich bin so drauf Ok Rechts und links könnte es aber sterben gehen Naja Der ist ziemlich stark, dieser rosa Blum Krasse Schwarz Krasse Schwarz Krasse Schwarz Ich komme noch eine Flash Ja, eine kommt noch zu Awe Ich glaube ich hole mir eine Rüste und kann mir noch mal fett Wieder B? Oder? Keine Ahnung Ich stehe noch A leider jetzt mittlerweile gut Ups Krasse Schwarz Ach alter Kann noch nie sein Krasse Schwarz Krasse Schwarz Krasse Schwarz Mö Der Muskel Krasse Schwarz Krasse Schwarz Ich kasse sie heute schon wieder so, Alter. Sehr sicher, das, Alter. Ist halt ein Sandkasten. Keiner Bibo drin. Keiner verarmt. Letztes nach Spiele auch, oder? Ey, der gibt mir echt noch. Der ist so f... Warum macht er da Doppelsu, Alter? Der steht da mit AWP. Cooler AWP. Ja, ich treff irgendwie nix, Alter. Ich weiß es nicht. Jetzt hab ich mir Schrotflinte gekauft. Lol. Ich pump alle weg. Hab ich jetzt beschlossen. Alter, wenn er durchspielt. Hahahaha. Ich rate es dann viel developper. Freak. Ja, ich begine dir eine Krusel. Oh, einer ist CTBs, einer ist irgendwo ans Bad Bei der Mitte, einer links, einer rechts Rechts noch, ja, hat er nur noch 12 HP Beckenmann, ist nur noch Beckenmann Kämpfe, kämpfe, los deine Kämpfe Da überlebt man noch Cool Oh, er hat nur mit 90 HP Ja, er verschiebt schon in Richtung, er Ja, Richtung durch Mitte unten hat Bombe safe jetzt, sorry Wie gesagt, Mitte unten hat Bombe safe Ist das schon mit drin? Linker Seite, ja, neben der Seite Da muss noch einer sein, noch einer, das war ein anderer Noch einer, über dem Fuchsbau, über dem Fuchsbau Ach, Alter, ey, unglaublich Also B ist jetzt einer noch Ja, die geht auf mich, das ist gerade wieder Ja, das ist der letzte Mann Das ist eine Pose Ja, immer Ich weiß nicht, wie es mit EZW ist Oh, Alter, ey Was ist das mit ihm? Geht Spür Du hast jetzt gespürt Da haben wir genauer Warum geht der nochmal außen rum, Sebastian? Schlauer Schlauer Warum ist das, die geplanten Ausschluss? Oh, Gott Was ist das? einer ist im sandkasten ist der letzte noch bestimmt vor allem und den zornen das muss ja gleich erst mal nicht die grönern äh, wenn er da an der Stelle bleibt, dann, sagen wir, wo bleibt das gesamte Team an der Stelle. Der Rosalusen, Alter, man, man spielt in der EPS und so. Naja. Jetzt ein Drachmann, ich will noch mal einen annehmen. Ich bin ein Drachmann. Ah, er ist vorgerusht hier. Tunnel. Ach, Tunnel sag ich immer. Ups. Gehen wir lang durch? Ich hab noch einen Smoke. Ähm. Nein. Ja, er hatte gut geklappt. Warte, das ist ein Drachmann. 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 Ja. Hm, okay. Ich hab nix, nix getroffen. Haben Sie vier Facts gemacht? Naja, in den ersten 5 Runden, glaube ich. Ja, ich komme auch mit A. Ach du Scheiße. Ja, hat eben verworfen in die Fresse gekriegt. Ziel B auf jeden Fall. Eine Banane. Hey, der war da wo drin, alter. Du baust nicht sterben, das ist okay. Habe ich richtig gut gemacht, Alter, oh mein Gott. Laptops bohrt nicht, pass aus. Me too. Hier, hier. Hier, hier. Hier, hier. Wieso hattest du Tops bauen, weil ich bin erster? Ja, das ist er. Oh, Mitte hoch. Miet, miet, miet! Fuck you, Alter. Genau da, ne? Wer wusste das? Wer wusste eigentlich? Ja, ne, er hat nicht erwartet. Also wer weiß. Ne, der hat nicht rechts reingesehen. Kommt trotzdem zu essen allerdings, weil ich da vorne stehe. Der hackt doch. Record, nir, defuse. 6. Was? Kaufen oder nicht? Alter, weiß er nicht. Wie kann ich denn dann muten? Weiß er nicht, W0. Er will, also der ist italien, da bin ich mir ziemlich sicher. Komm mal einer von euch mal mit auf B. Okay. Wenn wir ihn dann machen. Okay. Wir sind auf Arm. Arm has been planned. Ach, Alter. Überall. Da musst du gleich ganz, ganz abgezockt auf den Spot gehen und defusen. Ja, ohne Kids. Nein. Oh, keine Ahnung. Nachhaltigkeit. Das ist ein Ja. Unruhe. Aus wie vor. Also an 4B geht auf jeden Fall. ooch, sorry. W0. Ach, sorry. vor a ich weiß nicht, hat einer von eifel verschoben jetzt? yeah, rosa b lehn bombe mitte 1 b ohne bombe ich werde nicht fahren letzte war b ohne bombe der kann nur zedig ausgehen juhu hier auf dem türkischen basar hier meint ihr noch jemand weiß? wolle Rose kaufe der rosa b lehn, der will bestimmt eine mopo kack, mopo kack, mopo kack, das ist nicht stark ich steckst das spieler in game das ist ein bopo das die 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 oh genau da guckt er gerade ist bei Nana auf jeden Fall ob der blind war ist halt fraglich flach bei flach bei 2 3 3 6 7 8 9 9 Okay, ich habe keinen Gegner gesehen. Der Bacon ist aber der schlechteste von denen und dann mit dem wir wonnen wollen. Ne, das war als wir mit Korle gespielt haben, glaube ich. Oder nicht? Ne, das war direkt davor oder nicht? Und die haben einen Bot. Was sagt gerade eben? Er gibt mir den Degel-Warm-Shopper des Lebens. Acht Fracks, aber dann um Degel-Brett, die du bei Nibnix siehst. Terror-Base Richtung. Der wird irgendwo im Haus kämpfen. Alter, noch nie so einen geilen Bus bei NCS-Go gesehen. Entscheidungsrunde ohne das, ne? Ich werde erstmal die S machen, damit ich Mofu überhole. Ich gehe B. Nein, das war echt ein Degel, fährst du wirklich drin? Hey. Ich werde sofort wieder geholt, meine Endgegner sind das echt. Hede Bacher ist auf A, glaube ich. Ja, einer. Einer Bombe. Ja, einer. Einer Bombe. But aim 40. Stark. Ach, f*** dich. Genau, dann kommt die Scheiße, die hat ja angeflogen. Ah, ich hab ihn getroffen, Mann. Ne, zugefügter Schaden 49 in zwei. Ja, ich hab ihn getroffen, Mann. 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 Du bist lecker, Mann. Der Bacon, Mann. So lame, Alter. Warum kann ich dich nicht, ne? Kann doch so einen schönen S nega-Spread geben. Ja, das ist ein ganz nicelyer. Das ist ähnlich AFK. Wow. Gut met geflasht. Links, Y-Slam. Safe call. das ist der Mann, ich brauch ne Waffe, scheiße ja, das kann ich doch nur essen, wenn jawohl, ich hab ne Waffe gekriegt 2 und Alter von den Bier aus? ja, ein paar auf jeden Fall ja, das ist wieder ruhig zum Bananer-Befächer irgendwo ja, mit hoch mhm ich hab nur 7 HP, Alter ähm, ok ich kann mir vorstellen, dass es sogar wirklich nochmal spannend wird jetzt schein motiviert jetzt, Jungs ich brauch auf jeden Fall nochmal 2 ja, genau dann guckst du ja, Mann easy, 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 alter ja, zwei Ecos, und jetzt 15.11, GG nochmals tight ich kann die nächste Runde leben, wenn ich überlebt würde was sehr wahrscheinlich ist ich geh wieder A B stinkt ich werd halt auch überall geblockt und das ist Nächste schau ich werde schau Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017